Ja, liebe Gäste unserer heutigen Geburtstagsgala. Am 28. November diesen Jahres jährt sich der Geburtstag von Friedrich Engels zum 200. Mal. Die Namensgeberin unserer Stiftung Rosa Luxemburg hat Engels 1893 auf dem Kongress der Sozialistischen Internationale noch selbst gehört. Sie war damals übrigens 22 Jahre alt und vertrat eine sozialistische Partei der jungen polnischen Arbeiterbewegung. Engels übrigens hatte im gleichen Alter von 22 Jahren seine eigene Lebensmaxime so formuliert. Der Mensch hat sich nur selbst zu erkennen, alle Lebensverhältnisse an sich selbst zu messen, nach seinem Wesen zu beurteilen, die Welt nach den Forderungen seiner Natur wahrhaft menschlich einzurichten. Dieser Anspruch war dann auch der Grund seiner Hinwendung zum Sozialismus und zur Arbeiterbewegung, die er in England zwischen 1842 und 1844 unmittelbar erlebte. Und im Sozialismus sah er seit dieser Zeit das Ziel, die Welt menschlich einzurichten. Die Arbeiterbewegung betrachtete er als die entscheidende Kraft, mit der diese Aufgabe erfüllt werden könnte. Und in Karl Marx fand er 1844 jenen Partner, Freund, Gefährten in allen Lebenslagen, mit dem er zusammen dafür wirken könnte. Wenn heute von Marxismus gesprochen wird, dann ist dies im Ursprung und auf Dauer ein Engels-Marxismus. Die materialistische Geschichtsauffassung, die sozialistische Kritik der politischen Ökonomie und Analyse des Kapitalismus, die Arbeit an der Verbindung von kritischem Kommunismus wie Engels und Marx ihre Auffassung nannten, mit der Arbeiterbewegung, das Wirken im Bund der Kommunisten. An vorderster Front der Revolution von 1848-49, die Führung der ersten Internationale, das Wirken für die deutsche Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie, all das war gemeinsames Werk. Eine Erneuerung des Sozialismus im 21. Jahrhundert ist aus meiner Sicht ohne erneutes Studium der Werke von Friedrich Engels unmöglich. Und dabei lässt sich immer Neues entdecken oder verlorengegangenes wiederentdecken. Wie aktuell ist gerade heute seine Schrift zur Wohnungsfrage. Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Eigentümerstruktur von Wohnungsimmobilien in Berlin bestätigt die Notwendigkeit, Wohnungs- und soziale Frage im Zusammenhang zu sehen, so wie Engels es auch beschrieben hat. Oder erinnern wir an sein Werk zur Dialektik der Natur, in dem Engels schon am Ausgang des 19. Jahrhunderts mahnt, schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unseren Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Als hätte er die Klimakrise vorausgeahnt. Engels beherrschte viele Sprachen und war zweifelsohne einer der vielseitigsten Menschen seiner Zeit. Die Felder, in die er eindrang, reichen von Ethnologie bis zur Mathematik, von germanischer Geschichte bis zur Poesie Irlands. Seine Fähigkeiten hat er in den Dienst der sozialistischen Bewegung gestellt, mit einzigartiger Disziplin und Konsequenz, gepaart mit einem hohen Maß an Bescheidenheit. Ja, wir wollten Engels Geburtstag im neuen Haus der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit großer Freude und Heiterkeit feiern. Und vor allem mit ganz vielen Gleichgesinnten. Die Pandemie hat dies unmöglich gemacht. Deshalb wählen wir nur den Weg über das Internet. Ja, wir haben Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages für die Linke, Ine Schwertner, Chefredakteurin des Jakobin Magazins und Professor Dr. Peter Brandt, Vorstandsmitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung, gebeten, über ihre Sicht auf Engels zu sprechen. Und wir haben für den zweiten Teil dieser Veranstaltung andere angefragt, Texte von Engels zu lesen. Und diese wurden ganz überwiegend von unseren Engelsexperten, den Professoren Manfred Neuhaus und Michael Brie, ausgewählt. Dafür den beiden ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, unsere Anfrage traf auf eine große Resonanz. Dabei sein werden Amira Mohamed Ali, Kevin Kühnert, Christa Luft, Roush Bitaheri, Janina Erfanifa, Dirk Hirschel, Bafta Sarbo, Wenke Christoph, Albert Scharnberg und Janine Wissler. Sie lesen Texte, die Anlass geben, sich Engels neu zuzuwenden. Denn eines ist sicher, von Engels Suchprozess in der Zeit der großen Krise der Mitte und des Endes des 19. Jahrhunderts können wir lernen, in unserer eigenen Zeit wirkungsvoller einzugreifen, die Welt eben menschlich einzurichten und den Reichtum der Natur zu bewahren. Und am Ende sei auch noch an diese Erkenntnis von Engels erinnert. Im Allgemeinen kommt es weniger auf das offizielle Programm einer Partei an, als auf das, was sie tut. In diesem Sinne, Happy Birthday, Friedrich Engels. Guten Tag. Als ich gebeten wurde, ich möge über Friedrich Engels sprechen, da dachte ich erst mal, ja, große Ehre. Aber warum ich? Und wie? Flugs fragte ich mich, wann ich zuletzt etwas von Friedrich Engels gelesen hatte. Hernach ging ich in die Parlamentsbuchhandlung. Ich wollte wissen, welche Bücher von ihm dort im Angebot sind. Zugleich fiel mir der junge Marx ein. Ein Film kam, der 2017 in die Kinos kam. Eingeprägt hat sich mir, dass Karl Marx in ihm eher der Zurückhaltende war und Friedrich Engels der Drängende. Ähnliches muss Ludwig Engelhardt gedacht haben. Das ist der Künstler, der im Berliner Marx-Engels-Forum die Skulpturen der beiden Gelehrten schuf. Marx sitzt bequem, sinnierend, Engels rangt. Engels rangt aufrecht neben ihm. Aber wieso steht er links von Marx und nicht rechts oder hinter ihm? 2018, zum 200. Geburtstag von Karl Marx, war ich in seiner Geburtsstadt Trier. Nun schaute ich also auf die Webseiten von Wuppertal, ob die Stadt sich ebenfalls an ihren Kommunisten erinnert. Und siehe da, ja, vielfältig, unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Armin Laschet, CDU. Zudem habe ich inzwischen so viel von und über Friedrich Engels gelesen wie seit Jahrzehnten nicht. Dabei hat mich ein Gedanke von ihm aufmerken lassen. Zitat, es war der letzte Schritt der Selbstverschacherung, die Erde zu verschachern, die unser Ein und Alles die erste Bedingung unserer Existenz ist. Aus Kritik der Nationalökonomie 1843-44. Friedrich Engels, ein Ökologe, ein Grüner? Nun, die Bezeichnungen Ökologie und Grüne kamen erst viel später auf. Aber in der Sache ist etwas dran. Und das hat mich beeindruckt. Friedrich Engels hatte offenbar vor über 170 Jahren bereits kapitale Gefahren für das Leben überhaupt im Blick. Ein Fraktionskollege von mir unterstrich 2020, was viele andere auch finden. Die Linke ist sozial, wir brauchen keine zweite grüne Partei. Ich widerspreche dem und wähne dabei Friedrich Engels auf meiner Seite. Zumal der Klimaschutz ist womöglich aktuell die größte soziale Frage. Das 21. Jahrhundert ist im doppelten Sinne ein besonderes, finde ich, verglichen mit den vorigen. Das Negativ-Szenario, erstmals sind wir in der Lage und auf dem schlechten Weg, die Menschheit und überhaupt alles Leben zu vernichten. Das Positiv-Szenario, erstmals gibt es eine materielle Chance, die über den Kapitalismus hinausweist. Sie muss natürlich genutzt werden. Materielle Chance auch deshalb, weil schon Friedrich Engels betont hatte, dass die Entwicklung der Produktivkräfte maßgebend ist. Rückblickend gibt es die These, dass immer zwei grundsätzliche Neuerungen den Aufbruch in eine neue Gesellschaftsformation ermöglichten. Neue Möglichkeiten der Kommunikation und bis dato nicht gekannte Formen, Energie zu gewinnen und zu nutzen. Ohne Telegrafie und Telefonie sowie ohne Dampf, später Elektroenergie, wäre der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus nicht denkbar. Könnte es sein, dass die Digitalisierung und die Solarenergie beide im weiten Sinne und miteinander über den Kapitalismus hinausweisen? Der Kapitalismus drängt zu Monopolen und grenzenlosem Wachstum. Das ist Demokratie und umweltfeindlich. Siehe das Zitat von Friedrich Engels. Digitalisierung und Solar ermöglichen dezentrale, demokratische Wege, vorausgesetzt sie werden in diesem Sinne politisch begleitet. Produzenten und Konsumenten verschmelzen, meint Jeremien Rivki. Der US-Soziologe spricht von selbstbestimmten Prosumenten. Ich versuche es mal bildhaft zu beschreiben. Solarenergie, ob Sonne, Wind oder Wasser, ist im Grundsatz dezentral. Ich kenne viele Orte in meiner Urlaubsregion Allgäu, die sich damit brüsten, dass sie energieautonom seien, also unabhängig von Vattenfall und Co. Zugleich lese ich, dass es mit 3D-Druckern gelungen ist, Häuser und Autos zu produzieren. Also wieder autonom und nicht durch VW und andere Konzerne. Ja, das sind noch sensationelle Ausnahmen, noch nicht die Regel. Aber spannend ist es schon und zukunftsträchtig obendrein. Drei Merkmale des Kapitalismus könnten bröckeln. Die Monopolisierung, der Zwang zum Wachstum und die Ausbeutung zugunsten maximaler Profite. Das alles birgt keine Automatismen. Auch nicht nach dem Motto, ich das Digitale und ich das Solare. Wir umarmen uns und alles wird schön. Ganz im Gegenteil. Für die Solarenergie gibt es beide Optionen. Die Dezentrale und die Solardächer vor Ort oder Kapitale Windparks auf See. Bei der Digitalisierung ist es genauso kontrovers. Bislang obsiegen am Ende digitale Monopole wie Google, Facebook oder Amazon. Ich füge hinzu, mir ist noch kein überzeugendes Modell begegnet, wie die Digitalisierung weltweit öffentlich-rechtlich organisiert werden könnte. Kurzum, die historischen Chancen, die der Solaroption und der Digitalisierung wahrscheinlich innewohnen, müssen analysiert und politisch erkämpft werden. Was allerdings auch bedeutet, Linke im 21. Jahrhundert müssen natürlich sozial engagiert, also Rote sein, aber zugleich Grüne und Piraten. Friedrich Engels hatte sich früher als Karl Marx der Analyse der Ökonomie gewidmet und er hatte die Wirtschaft als wesentlich markiert. Die Entwicklung der Produktivkräfte war für ihn maßgeblich für mögliche politische, gesellschaftliche Fortschritte. Notwendig, so seine Prognose sei die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, um den kardinalen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zu überwinden. Wohlbemerkt, Vergesellschaftung, nicht Verstaatlichung. Engels Vision wies ja ohnehin über den Staat hinaus. Allseits bekannt dürfte das Zitat sein, wonach die Vergesellschaftung der Produktion ein Sprung der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit sei. Nun sind meine Pro-Themen als linke Innenpolitikerin Bürgerrechte und Demokratie. Schaut man unter diesen Stichwörtern in die Geschichte, dann erinnern die meisten an die französische Revolution anno 1789. Aus deutscher Sicht ist das historisch zu kurz und geografisch zu weit gesprungen. Darauf wurde ich gestoßen, als ich 2020 mit der Allgäuer Linken in Memmingen unterwegs war. Dort ist eine Ausstellung den Bauernaufständen von 1525 gewidmet. Vielen fällt dabei Thomas Münze ein. Aber um ihn geht es dort nicht. In der Memminger Kramer Zunft einigten sich damals 50 Vertreter der Allgäuer, Baltringer und Bodenseer Bauernhaufen auf einen Forderungskatalog mit 12 Punkten. Es ging um Bürger und Freiheitsrechte, alles im Internet nachlesbar. Natürlich vergingen noch Jahrhunderte, ehe wenigstens einige davon im wahren Leben ankamen und in Verfassungen verbrieft wurden. Und manche bauernschlaue Idee hart noch immer der Einlösung. Etwa, dass alles, was alle Menschen für ein Leben in Würde brauchen, seinerzeit Wälder mit ihrem Holz auch allen zugänglich sein sollen und private Geschäftemacherei zu entziehen sei. Also gewissermaßen vergesellschaftet. 2025 haben diese 12 Punkte 500-jähriges Jubiläum. Ein guter Anlass, finde ich, für Memmingen, Bayern und die Bundespolitik aktuell etwas würdiges beizusteuern. Also dem Profit zu entziehen und der Gemeinschaft geben. Im Verkehr, im Gesundheitswesen, beim Wohnen und so weiter. Und damit bin ich bei meinem Schlusssatz. Dr. Michael Brie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte mich bittend genötigt, in den zurückliegenden Wochen mehr von und über Friedrich Engels zu lesen, als ich es sonst getan hätte. Danke, Michael. Vor zwei Jahren, zum 200. Geburtstag von Karl Marx, ist dieser in einer in mancher Hinsicht erstaunlichen politischen und wissenschaftlichen Breite als bedeutender Philosoph, Ökonom und Sozialwissenschaftler als großer deutscher Denker gewürdigt worden. Friedrich Engels kam dabei viel zu wenig zur Geltung. Die ungewöhnlich enge, intellektuelle, lebenslange Partnerschaft und Freundschaft der beiden begründet, schon in den Jahren 1843 bis 1845 macht es schwer möglich, den einen überhaupt ohne den anderen zu denken. Auch wenn Engels ohne Koketterie stets darauf bestanden hat, in dem Zusammenspiel mit Marx die zweite Geige gespielt zu haben. Übrigens in hohem Maß selbstlos. Etwa bei der Verfertigung von zahlreichen Artikeln für die New York Daily Tribune. Artikel, die dann unter Marxens Namen erschienen. Allgemein bekannt ist die Fertigstellung der Bände 2 und 3 des Kapitals aus dem, man muss wohl sagen, etwas chaotischen Nachlass von Karl Marx und die Herausgabe einzelner Marx oder Marx-Engels-Schriften in diversen Sprachen und teilweise etlichen Auflagen. Engelsens Vorworte enthielten nicht selten eigene Botschaften und hatten eine große Wirkung bei der Verbreitung dessen, was dann Marxismus genannt wurde. Ebenso wie seine popularisierenden Schriften, etwa die über die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, die einer ganzen Generation von jungen Sozialisten mit proletarischem Hintergrund den historischen Materialismus erschlossen hat. Und auch für viele Intellektuelle, die sich der Bewegung anschlossen, galt, dass sie den Zugang zuerst über die popularisierenden Schriften von Engels gefunden haben. Der Marxismus war wesentlich das Werk von Friedrich Engels nicht als abgeschlossenes Denksystem, sondern, wie man heute sagt, als Work in Progress. Die Unabgeschlossenheit des Werkes von Marx bzw. Marx und Engels wird von der Forschung heute stark betont. Für Engels, der manchmal als ein Dogmatiker, ein Vereinfacher, wenn nicht Verfälscher von Marx dargestellt worden ist, was heute so kaum noch vertreten wird, vertrat wie dieser die Notwendigkeit offener, auch kontroverser Diskussionen, sowohl auf der wissenschaftlichen als auch auf der parteipolitischen Ebene. Die sozialistische Wissenschaft, so 1891 Engels in einem Brief an August Bebel, könne nicht leben ohne Bewegungsfreiheit, geistige Bewegungsfreiheit. Und die Zeitungen der Partei an anderer Stelle müssten unabhängig sein von Weisungen der Führungsorgane, befugt Kritik am Programm wie auch an der Strategie und Taktik zu üben. Auch wandte Engels sich wiederholt gegen, wie er sagte, das ständige Drohen mit dem Hinausfliegen eventueller Abweichler, wie es seitens der sozialdemokratischen Führung in den 1890er Jahren nicht unüblich war. Diese Herangehensweise, so Engels, käme aus einer anderen Periode der Bewegung der Zeit des Sozialistengesetzes, der Illegalität oder allenfalls Halblegalität. Und die Disziplinauffassung einer Massenpartei von Millionen müsse eine andere sein als die einer Sekte von Hunderten. Damit ist die Rolle von Engels als Mentor der jungen Arbeiterbewegung im Übergang zur Massenbewegung, also in den 1880er und 1890er Jahren bis zu seinem Tod 1895 angesprochen. Eng verbunden mit der sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die seit 1890 dann Sozialdemokratische Partei Deutschlands hieß, war er gewissermaßen deren Mentor. Er stand in enger persönlicher Verbindung mit August Bebel, dem seit den späten 80er Jahren unbestrittenen, führenden Mann der Partei. Wie übrigens auch mit Eduard Bernstein, den er während seiner Zeit in London der letzten Lebensperiode kennengelernt und hatte und mit dem er eng dort zusammenarbeitete, der auch sein Nachlassverwalter würde. Bernstein berief sich noch in den 1920er Jahren auf Engels. Dieser war aber auch ein Meisternetzwerker und Großkommunikator der Internationalen. Also das hieß damals vor allem der europäischen Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie ist ja damals noch die Sammelbezeichnung für alle Strömungen, die sich dann später auseinanderentwickelt haben. Marx ist erst durch Engels in jungen Jahren zur politischen Ökonomie gekommen. Er war eigentlich vielmehr sehr philosophisch von seinen Studien her, aber auch von seinem intellektuellen Stil. Das war nun zweifellos eine Reaktion, übrigens nicht nur bei den beiden, auf die Industrialisierung, die in England schon weit vorangeschritten war, Mitte des 19. Jahrhunderts. Da kann man schon eigentlich von einem Industriestaat sprechen und in Kontinentaleuropa massiv eingesetzt hatte. Auch im persönlichen Leben war Engels mit der realen Arbeiterklasse, enger verbunden als Marx. Das klingt paradox, kam er doch aus der Unternehmerschaft, Wuppertal, auch noch mit einem pietistischen Hintergrund und war später Teilhaber einer Firma, hat jahrzehntelang vor allem in Manchester, was so eigentlich die Hochburg der Textilindustrie war, mit dem frühindustriellen Elend, das er dort studiert hat. Er hat das aufgenommen, gleichzeitig lebend in seiner Berufswelt und den damit verbundenen sozialen Milieu, hat er seine beobachtenden Studien getrieben und schon 1845 mit seinem Werk die Lage der arbeitenden Klassen in England eine empathische und musterhafte Sozialraumstudie vorgelegt. So wurde es damals auch rezipiert und hat viele Intellektuelle, so auch Marx, stark beeindruckt und beeinflusst. Im Übrigen war er bis zu deren Tod liiert mit einer irischstämmigen Textilarbeiterin und anschließend mit deren Schwester. Engels war nicht zuletzt ein bedeutender außenpolitischer Denker, von denen es in der damaligen Sozialdemokratie, man kann vielleicht auch sagen in der Folgezeit nicht sehr viele gab, das wurde zunächst mal begünstigt durch sein starkes Militärwissenschaftliches Interesse. Er selbst hatte in jungen Jahren in der bedeutendsten Schlacht des badisch-pfälzischen Aufstands 1849 gekämpft. Das war ein wichtiger Erfahrungshintergrund von ihm. Aber er interessierte sich auch theoretisch sehr für militärische Fragen und beanspruchte das ideologiefrei zu tun. Das klingt heute etwas befremdlich. Man muss sich aber klar machen, dass in seiner Lebenszeit der Krieg keineswegs geächtet war. Und auch die Revolutionäre immer mit dem Gedanken schwanger gingen, wie können militärische Auseinandersetzungen im Sinne der Revolution genutzt bzw. instrumentalisiert werden. Es gibt eine außenpolitische Konstante im Denken von Engels und Marx. Das ist die Feindschaft gegen den russischen Zarismus, wie man sagte, den Hort der Reaktion, den Gendarmen Europas und dessen Expansionspolitik. Das hat Engels tatsächlich bis an sein Lebensende begleitet und er hat Überlegungen angestellt einer revolutionären Vaterlandsverteidigung zusammen mit Bebel und anderen im Fall eines Krieges gegen Russland und das, wie man schon absehen konnte, mit Russland verbündete Frankreich. In seinen allerletzten Jahren, also den frühen 1890er Jahren, kam Engels dann aufgrund der Entwicklung der Waffentechnik. Das hatte man schon in mehreren Kriegen beobachten können, dass hier eine neue Qualität Platz greift, also etwa im amerikanischen Bürgerkrieg der 1860er Jahre und dann im deutsch-französischen Krieg 1870-71. Und die Massenheere, die geschaffen wurden, auf Grundlage einer jetzt tatsächlich zunehmend echten allgemeinen Wehrpflicht. Diese Entwicklungen haben Engels dann zu einer eher pessimistischen Sicht auf die Perspektive eines großen Krieges gebracht und eine gewisse Positionsänderung hervorgerufen. 1893 hat er eine Artikelserie im Vorwärts veröffentlicht, wo er die Möglichkeit einer allseitigen europäischen Abrüstung auf Initiative Deutschlands entwickelt, woran viele Sozialisten nicht glaubten, dass das die Herrschenden machen könnten. Und er versucht darzulegen, dass selbst unter den bestehenden Herrschaftsverhältnissen es möglich wäre, das durchzusetzen und die Herrschenden nicht befürchten müssten, automatisch ihrer Herrschaft verlustig zu gehen. Das war dann eine Linie, die sich zunehmend auch in der internationalen Sozialdemokratie im Sinne einer Friedens- und Abrüstungspolitik durchgesetzt hat. Engels und die Frauen Der Titel ist natürlich ein bisschen verräterisch, beziehungsweise führt er auch auf ein falsches Gleis. Denn eigentlich geht es nicht darum, ob Engels jetzt ein Aufreißer war oder welche Beziehung er hatte oder wie viele, sondern vielmehr darum, wie Engels die Frauenfrage oder die Unterdrückung der Frauen behandelt hat in seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Denn Engels war tatsächlich einer der wenigen marxistischen Denker, die schon sehr, sehr früh sich ganz fundiert mit der Frage der Unterdrückung der Frauen beschäftigt hat. Also genauer gesagt mit der Frage von Produktionsverhältnissen und Geschlechterverhältnissen. Und das eben auf eine sehr, sehr minutiös aufgearbeitete, materialistisch und materialangereicherte Art und Weise wie kaum ein anderer. Und die Frage, die wir uns stellen könnten heute oder die ich mir als Feministin stelle, ist natürlich einerseits, was bringt mir Engels in dieser Hinsicht? Warum lohnt es sich noch, seine Schriften zu lesen zur Frauenfrage? Und gleichzeitig aber auch, und das hätte Engels wahrscheinlich auch von uns so gewollt, weil er ein materialistischer Denker war und wollte, dass wir in der Geschichte als Prozess uns immer wieder als Subjekte begreifen, die in der Geschichte sind, was können also auch Feministinnen noch heute von Engels lernen und von seinen wissenschaftlichen Arbeiten? Und insofern könnte man die Frage stellen, sollten wir ihn als Feministinnen heute noch lesen und wenn ja, wie? Und ich werde versuchen, darauf eine Antwort zu geben oder zumindest einen Vorschlag zu machen, denn ich glaube tatsächlich, dass Engels noch sehr relevant ist für Feministinnen von heute. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, die Frage nicht als Gesonderte anzugehen und dann zu sagen, das ist die Frauenfrage als abgekapselte und das ist der Rest, den Engels gemacht hat, sondern ich würde vorschlagen, die Frauenfrage integral in eben seiner wissenschaftlichen Ausarbeitung von Geschichte, seinem Verständnis von Geschichte auch zu verstehen und vor allem auch in seinem Verständnis und seiner Suche danach, den Sozialismus nicht als Utopie, sondern eben als Wissenschaft zu etablieren. Also genau diese wissenschaftliche Methode anzuwenden und mit dem Material, mit dem wirklichen Leben, mit den Menschen zu arbeiten. Das hat er von Anfang an gemacht in der Lage der arbeiteten Klasse, aber eben hauptsächlich auch in einem späteren Werk, nämlich dem Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. An dem Text kann man sehr viel festmachen und genau deshalb würde ich eine Weile über diesen Text sprechen, denn es ist tatsächlich einer dieser Texte, die diese Verwissenschaftlichung der Frage dieser drei Institutionen, die Familie, der Staat und das Privateigentum einmal so durcharbeitet und zwar wirklich historisch fundiert. Und wer jetzt vielleicht diesen Text schon gelesen hat, man muss sich da wirklich durcharbeiten durch den Ursprung der Familie, weil es minutiös tatsächlich um die Gänse handelt, um die Stämme und so weiter. Und man fragt sich, warum soll man das durchackern? Das ist sehr viel Material des Anthropologen Lewis Henry Morgan. Und Engels baut daraus eben eine Geschichtsschreibung über diese drei Institutionen auf der Schwelle zur Zivilisation. Und man müht sich dadurch und man fragt sich, was habe ich jetzt damit zu tun? Was sind unsere Fragen als Frauen? Was können unsere Fragen da drin sein? Und trotzdem glaube ich, dass wenn man sich da durcharbeitet, dass es lohnenswert ist, weil Engels darin nämlich diese Institution Familie als eine historisch gewordene Institution beschreibt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Egal, ob man jetzt den empirischen Ergebnissen von morgen, ob die jetzt heute noch stimmen oder zum Teil widerlegt worden sind, aber die Forschungsmethode ist die entscheidende, nämlich dass das Gewordensein der Institution Familie auch sagt, dass es die Institution nicht ewig geben muss. Also eine Frage, die sich Feministinnen schon ewig stellen, ob das Geschlecht oder die Familie biologistisch fundiert sind, ob es sie immer geben muss und wie wir etwas daran verändern können, wie wir uns befreien können. Und Engels Forschungsmethode sagt eigentlich, die Familie ist aus einem bestimmten historischen Prozess heraus entstanden, auch eine bestimmte Art der Arbeitsteilung. Und alles, was entstanden ist, kann auch wieder vergehen. Und die Subjekte darin sind auch tätig und teilen sich eben die Arbeit auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, Frauen werden unterdrückt, aber sie werden das nicht notwendig immer so sein. Und das ist eine, finde ich, eine der Grundannahmen, die wir daraus mitnehmen können, nämlich, dass alle Institutionen, egal wie natürlich sie uns vorkommen, auch wieder vergänglich sind. Also das, finde ich, ist erst mal einer der wichtigsten Punkte. Und der zweite Punkt ist, dass Engels die Produktion und die Reproduktion des Lebens darin in den Vordergrund stellt. Also das erste Mal eigentlich systematisch auch behandelt, wie die Menschenproduktion oder die Fortpflanzung stattfindet. Und da eben die Frauen das erste Mal quasi ins Zentrum gestellt werden. Das ist in der deutschen Ideologie bereits angelegt, aber Engels macht dann eben in dieser Studie das noch einmal sehr viel expliziter. Insofern glaube ich, dass wir bei diesen beiden Produktionsweisen etwas angelegt haben, woran viele marxistische Feministinnen auch im Nachgang mitgearbeitet haben und als inspirierend gefunden haben, eben weil er so systematisch diese beiden Produktionsweisen einmal von der Produktion der Lebensmittel und der Produktion des Lebens diese Unterscheidung getroffen hat. Ich muss aber natürlich auch an der Stelle sagen, weil es ein bisschen anachronistisch wirkt, wenn man sagt, Engels hat das Rad schon erfunden und seitdem haben wir jetzt im Jahr 2020 nichts mehr weitergemacht. Natürlich gab es dazwischen eine Unmenge an Arbeiten und Gedanken von marxistischen Feministinnen, die sich mit genau diesem Text und mit Engels Texten auseinandergesetzt haben und daran auch profunde Kritiken niedergeschrieben haben, die finde ich auch erwähnenswert sind, aber die eigentlich noch mal mehr zeigen, wie wichtig er war, weil sich auch alle anderen danach daran abgearbeitet haben. Und ich nenne zwei, also nur als exemplarisch, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, die man nennen könnte, aber ich nenne zwei, die glaube ich ganz gut darstellen, dass Engels schon seiner Zeit sehr weit voraus war und trotzdem aber auch blinde Flecken hatten oder vielleicht irgendetwas nicht gesehen hatte, weil er natürlich auch selber eigentlich nicht in der Erfahrungswelt einer proletarischen Frau selbst gelebt hat, auch wenn er sie erlebt hat. Und einerseits würde ich zitieren Frigga Haug, die in einem Aufsatz Entweder Geschlecht oder Arbeit schreibt, dass Engels eben einerseits auf Arbeit und andererseits von Familie schreibt und deswegen die Familienarbeit, die eigentliche Sorgearbeit, als blinden Fleck ziemlich zurücklässt. Das heißt, er nennt sie, aber er beschreibt sie eigentlich nicht genauer und das kann man an einem schönen Beispiel eigentlich klar machen und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch immer noch aktuelle Beispiele finden würden, nämlich beschreibt er Kühe und Ziegen, aber er beschreibt nicht die Arbeiten des Melkens und des Ausmistens, also das, was man dann darin tun muss. Und ich glaube, man kann auch heute da ganz gut so Parallelen ziehen, auch während der Corona-Krise, wenn man sagt, okay, aber die Leute bleiben ja zu Hause und arbeiten zu Hause. Was tatsächlich da getan werden muss, welche arbeiten, das bleibt im politischen Diskurs oftmals verborgen. Und ich glaube, das ist etwas, wo feministische Kritik immer wieder auch passend ist und wo sie auch hier tatsächlich einen Punkt macht, weil, und das hat Engels, glaube ich, tatsächlich ein bisschen idealisiert, auch in der proletarischen Familie es nicht herrschaftsfrei zuging und natürlich auch da die Frau wesentlich mehr gearbeitet hat als der Mann und man dann also nicht sagen kann, das ist nur ein Produkt in der bürgerlichen Familie. Also insofern glaube ich, dass diese Kritik zurechtgemacht wurde in eine etwas andere, aber trotzdem auch sehr bildliche Sprache greift Maria Mies, die sagt, es gibt einen biologistisch verzerrten Naturbegriff oder auch Arbeitsbegriff. Sie ist da also sehr radikal und sagt, bei Engels geht es immer noch ganz typisch marxistisch um die Kopf- und Handarbeit, diese Trennung. Warum gibt es aber nicht auch Arbeit mit dem Uterus oder mit der Brust? Also auch natürlich diese Menschenproduktion, von der er spricht, findet eigentlich als Arbeit und sozusagen als Körperteil nicht statt und das ist etwas, was Frauen sozusagen nachtragend in dieser Art von Geschichtsschreibung mit eingebracht haben und auch richtigerweise eingebracht haben und auch von weiblichen Produzentinnen des Lebens gesprochen haben. Das sind alles Punkte, die hatte Engels nicht explizit darin drin, aber man sieht, dass dieses Werk offensichtlich so provokativ war auf eine Art, dass Feministinnen das Gefühl hatten, sie müssten damit weiterarbeiten und sie müssten genauer die Produktionsweisen beschreiben. Und ich glaube, insofern war es zumindest für mich gewinnbringend, das zu lesen und ich kann mir gut vorstellen, dass das für andere auch noch so ist. Und zuletzt muss man auch immer noch sagen, dass Engels' Werk hochaktuell ist, nämlich insofern ist das, dass wir die empirische Geschichtsschreibung darüber, wie Stämme sich entwickelt haben, welche Art von Arbeitsteilung es gab, bis es immer wieder neue Erkenntnisse gab. So habe ich nämlich zum Beispiel letztens gerade gelesen, dass eine Forschung aus 2018 zeigt, dass geborgene Knochen von vor 9000 Jahren in Peru einem sehr starken Personen zugeordnet werden konnte und man natürlich davon ausging, dass alle Männer die Jäger sind, aber jetzt herausgefunden wurde, dass also die Frauen diese Jägerinnen waren in diesem Stamm. Und das heißt, man muss eigentlich mit jeder neuen Erkenntnis von Archäologen, von Anthropologinnen immer wieder auch neu diese Art Geschichtsschreibung überprüfen. Und ich glaube, Engels wäre sehr dafür gewesen, das zu machen und jegliche neue Form von wissenschaftlichen Erkenntnissen einzubauen in unsere Art, wie wir über eben patriarchale Unterdrückung nachdenken oder auch über das Matriarchat. Lange nach Engels' Tod gab es da viel, viel Forschung dazu. Und ich glaube, dass viele trotzdem inspiriert waren, letztlich von seiner Methode, dieses Material eben so einzuordnen, dass sich daraus auch dieser Befreiungsgedanke wieder finden lässt, weil eben alles, was historisch eben einmal sich so entwickelt hat, tatsächlich auch wieder vergänglich ist. Und eines der schönsten Zuspitzungen, wie ich finde, findet sich dann, das ist jetzt ehrlicherweise nicht nur bei Engels, sondern in den Thesen über Feuerbach, also im engeren Sinne wieder Karl Marx. Aber wir wissen natürlich, dass die beiden das zusammen bearbeitet haben und auch über die heilige Familie zusammengearbeitet haben. Also insofern an dieser Stelle würde ich sagen, dass die beiden das teilen. Und eine der wichtigsten Sätze, finde ich, neben allen vielen wichtigen Sätzen bei den Feuerbach-Thesen, die sich natürlich zitieren lassen, die letzte ist vielleicht die bekannteste, aber ein sehr schöner Satz auch eben über die heilige Familie findet sich in der vierten These. Und zwar steht da relativ in der Mitte, Die Tatsache nämlich, dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, ist eben nur aus der Selbstzerrissenheit und dem Sich-Selbst-Widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese Selbst muss also erstens in ihrem Widerspruch verstanden und so dann durch Beseitigung des Widerspruchs praktisch revolutioniert werden. Also zum Beispiel, nachdem die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere selbst theoretisch kritisiert und praktisch umgewälzt werden. Und ich glaube, es ist eigentlich ein Aufruf an alle in der Gesellschaft, aber vor allem auch an Feministinnen zu verstehen, dass diese irdische Familie in ihren ganzen Widersprüchen, in ihrer Art, wie die Arbeitsteilung funktioniert, wie die Reproduktion des Lebens funktioniert, dass sie eben tatsächlich selbst so widersprüchlich ist, dass wir dieses Zerrbild brauchen einer ideologisch perfekten Familie, so muss unser Leben sein, so sollte es sein, dass es das braucht. Und um dieses Zerrbild, diese Ideologie einer heiligen Familie zu zerstören, raten die beiden uns, ihr müsst die irdische Familie theoretisch kritisieren und praktisch zerstören. Und ich finde das eigentlich einen ziemlich radikalen Ansatz, den sich auch radikale Feministinnen, egal von welchen Familienformen wir heute sprechen, das hat sich sicherlich schon sehr weit auseinander differenziert. Und gleichzeitig glaube ich, dass es immer noch und manchmal ja sogar so in konservativen, rückwärtsgewandten, die heilige Familie, in diesem sehr konservativen Kern wieder darum geht. Ich glaube, dass es gerade in solchen Zeiten für uns sehr, sehr wichtig ist, uns das rückzubesinnen, dass in den Widersprüchen der irdischen Familie das Problem liegt und dass sie revolutioniert werden muss. Und ich finde, damit haben sowohl Engels als auch Marx uns einen Beitrag geliefert, mit dem wir weiter arbeiten können. Obwohl ich, wie gesagt, eben auch die feministischen Kritiken euch empfehlen kann, natürlich zu lesen. Aber gerade eben die materialistische, diese historisch-materialistische Geschichtsauffassung für Frauenbefreiung, für feministische Theorie und Praxis aus meiner Sicht unentbehrlich ist. Das Gedicht Abend wurde im August 1840 im Telegraph für Deutschland unter seinem Pseudonym Friedrich Ostwald veröffentlicht. Die von Karl Gutzko gegründete literarische Zeitschrift galt als Sprachrohr des jungen Deutschland und war eines der profiliertesten und einflussreichsten ballettristisch-kritischen Journale im Vormärz. Engels Gedicht bringt die Erwartung des Morgens einer neuen Zeit zum Ausdruck, die die lange Nacht der Restauration beendet. Der Abend Bleich wird das Abendrot im Westen schon. Geduld Ein Morgen kommt Ein Freiheitsmorgen Die Sonne steigt und ewig glüht ihr Thron Fern bleibt die Nacht mit ihren trüben Sorgen Da sprießen neu die Blumen, nicht in Beeten Nicht da allein, wo wir den Samen säten Die ganze Erde wird ein Lichtergarten Und alle Pflanzen wechseln ihre Länder Die Friedenspalme schmückt des Nordens Ränder Der liebe Rosekränz die Frost erstarrten Die feste Eiche wandert nach dem Süden Des Boten trifft als Keule dort ihr Ast Und wer dem Lande wieder gab den Frieden Der sieht von ihrem Laub sein Haupt umfasst Dialog sprost in aller Welt empor Ihr ist der strenge Geist des Volkes ähnlich So stachelvoll, so plump, so unansehnlich bis plötzlich Laut erkrachend bricht hervor durch jedes Hemmnis Eine lichte Blüte Die Freiheitsflamme, die verborgen Glüte Den Duft verhauchend, der zu Gott mag dringen Ehe als der Weihrauch, den ihm Heuchler bringen Und einsam stehen im Heine und vergessen Jetzt ohne Deutung einzig die Zypressen Die Vögel, die dann auf den grünen Zweigen Mit lautem Sang das Morgenrot verkünden Die schon erkennen, wenn die Wolken neigen Ihr feuchtes Haupt zu niedern Täler gründen Dass bald die Sonne wird den Thron besteigen Das sind die Männer aus den Dichterreigen Ihr Wort wird fortgetragen an den Winden Die frei sich gern mit freiem Wort verbünden Die Sänger stehen nicht auf der Schlösser warten Die Adelschlösser sanken längst, zertrümmert Von stolzen Eichen, die im Sturm nicht knachten Sehen sie zur Sonne kühn und unbekümmert Ob sie der Strahl des Lichts des Langerharten Auch Blende, wenn er rein die Welt umschimmert Und ich bin einer auch der freien Sänger Die eiche Börne ist's, an deren Ästen ich aufgeklommen Wenn im Tal die Dränger um Deutschland enger Ihre Ketten pressten Ja, einer bin ich von den Keckenvögeln Die in dem Äthermeer der Freiheit segeln Und wär ich Sperling nur in ihren Zügen Ich wäre Sperling lieber unter ihnen Als Nachtigall sollte ich im Käfig liegen Und mit dem Liede einem Fürsten dienen Dann trägt das Schiff, das durch die Wogen schäumt Nicht Waren mehr um Einzelne zu bereichern Nicht Dienst dem gierigen Kaufmann mehr zu speichern Es bringt die Saat, der Menschen Glück entkeimt Es ist ein Ross, das jugendfroh sich bäumt Sein Reiter bringt den Heuchlern Tod und Schleichern Es ist einer von den mutigen Kramverscheuchen Es ist ein Gedanke, der von Freiheit träumt Die Flagge trägt nicht mehr das Königs Wappen Dem sich das Schiffsvolk beugt mit Furcht und Zittern Sie trägt die Wolk, um die nach Ungewittern Wenn sie der Blitz zerriss mit seinen Schlägen Sich sühnend will, der Freiheitsbogen legen Doch wann wird jene neue Sonne erstehen Wann wird die alte Zeit zusammenkrachen Wir sehen die alte Sonne untergehen Wie lang wird uns die finstere Nacht umdachen Durch Wolkenschleier lugt der trübe Mond Der Nebel lagert auf den Tälergründen Im Nebel ruht, was auf der Erde wohnt Wir, die wir wachen, tappen wie die Blinden Geduld Die Wolken, die den Mond umringen Scheucht vor sich her, die Sonne schon im Steigen Die Nebel, die sich durch die Täler schlingen Sind Morgenhauch geweckte Geistersreigen Im Osten tanzt der Morgenstern empor Blutrote Strahlen durch die Nebel schießen Seht ihr nicht Blumen schon den Kelch erschließen? Schmettert nicht schon der Vöglein froher Chor? Der halbe Himmel strahlt im Licht in Scheine Schneegipfel werden Rosenedelsteine Die goldenen Wolken, die dort aufgeschossen Die Häupter sind's von edlen Sonnenrossen Schaut dorthin, wo die dichtsten Strahlen fließen Die junge Sonne jubelnd zu begrüßen An die arbeitenden Klassen Großbritanniens Arbeiter Euch widme ich ein Werk In dem ich den Versuch gemacht habe Meinen deutschen Landsleuten Ein treues Bild Eurer Lebensbedingungen Eurer Leiden und Kämpfe Eurer Hoffnungen und Perspektiven Zu zeichnen Ich habe lange genug unter euch gelebt Um einiges von euren Lebensumständen zu wissen Ich habe ihrer Kenntnis Meine ernsteste Aufmerksamkeit gewidmet Ich habe die verschiedenen offiziellen Und nicht offiziellen Dokumente studiert Soweit ich die Möglichkeit hatte Sie mir zu beschaffen Ich habe mich damit nicht begnügt Mir war es um mehr zu tun Als um die nur abstrakte Kenntnis Meines Gegenstandes Ich wollte euch in euren Behausungen sehen Euch in eurem täglichen Leben beobachten Mit euch plaudern Über eure Lebensbedingungen und Schmerzen Zeuge sein eurer Kämpfe Gegen die soziale und politische Macht Eurer Unterdrücker Ich verfuhr dabei so Ich verzichtete auf die Gesellschaft Und die Bankette Den Portbein und den Champagner der Mittelklasse Und widmete meine Freistunden Fast ausschließlich dem Verkehr mit einfachen Arbeitern Ich bin froh und stolz zugleich So gehandelt zu haben Froh, weil ich mir auf diese Weise Manche frohe Stunde verschaffte Während ich gleichzeitig Euer wirkliches Leben kennenlernte Manche Stunde, die sonst vertan worden wäre In konventionellem Geschwätz Und langweiliger Etikette Stolz, weil mir dies Gelegenheit gab Einer unterdrückten und verleumdeten Klasse Gerechtigkeit widerfahren zu lassen Der bei all ihren Fehlern Und unter allen Nachteilen ihrer Lage Höchstens eine englische Krämerseele Die Achtung versagen wird Stolz auch, weil ich auf diese Weise In die Lage versetzt wurde Das englische Volk zu bewahren Vor der wachsenden Verachtung Die auf dem Festland Die unvermeidliche Konsequenz Der brutal eigennützigen Politik Und überhaupt des Auftretens Eurer herrschenden Mittelklasse Gewesen ist Sobald Engels Ende der 1860er Jahre Seine Stellung als Miteigentümer Und Angestellter der Firma Ermen und Engels aufgeben konnte Widmete er sich ganz der Stärkung Der internationalen Arbeiterbewegung Und der Entwicklung und Vermittlung dessen Was er und Marx den deutschen Kritischen Kommunismus nannten Vor allem Engels' Auseinandersetzung Mit der Auffassung von Eugen Düring Machte Epoche Sie bot Engels die Möglichkeit In polemischer Form Die Grundposition Des wissenschaftlichen Sozialismus Darzulegen 1880 erschien auf dieser Grundlage Seine kurze Schrift Die Entwicklung des Sozialismus Von der Utopie zur Wissenschaft In ihr heißt es Zusammenfassend Die Besitzergreifung Der sämtlichen Produktionsmittel Durch die Gesellschaft Hat seit dem geschichtlichen Auftreten Der kapitalistischen Produktionsweise Einzelnen wie ganzen Sektoren Öfters mehr oder weniger unklar Als Zukunftsideal vorgeschwebt Aber sie konnte erst möglich Erst geschichtliche Notwendigkeit werden Als die tatsächlichen Bedingungen In ihrer Durchführung vorhanden waren Sie wie jeder andere Gesellschaftliche Fortschritt Wird ausführbar Nicht durch die gewonnene Einsicht Dass das Dasein der Klassen Der Gerechtigkeit Der Gleichheit etc. Widerspricht Nicht durch den bloßen Willen Diese Klassen abzuschaffen Sondern durch gewisse Neue ökonomische Bedingungen Aber wenn hiernach Die Einteilung in Klassen Eine gewisse geschichtliche Berechtigung hat So hat sie eine solche doch nur Für einen gegebenen Zeitraum Für gegebene gesellschaftliche Bedingungen Sie gründet sich auf die Unzulänglichkeit Der Produktion Sie wird weggefegt Durch die volle Entfaltung Der modernen Produktivkräfte Die Möglichkeit Vermittels der gesellschaftlichen Produktion Allen Gesellschaftsmitgliedern Eine Existenz zu sichern Die nicht nur materiell Vollkommen ausreichend ist Und von Tag zu Tag Reicher wird Sondern die ihnen auch Die vollständige freie Ausbildung Und Betätigung ihrer körperlichen Und geistigen Anlagen garantiert Diese Möglichkeit Ist jetzt zum ersten Male da Aber sie ist da Mit der Besitzergreifung Der Produktionsmittel Durch die Gesellschaft Ist die Warenproduktion beseitigt Und damit die Herrschaft Des Produkts über die Produzenten Die Anarchie innerhalb Der gesellschaftlichen Produktion Wird ersetzt Durch planmäßige Bewusste Organisation Der Kampf ums Einzeldasein Hört auf Damit erst Scheidet der Mensch In gewissem Sinn Endgültig aus dem Tierreich Tritt aus den tierischen Daseinsbedingungen In wirklich menschliche Die objektiven Fremden Mächte Die bisher die Geschichte Beherrschten Treten unter die Kontrolle Der Menschen selbst Erst von da an Werden die Menschen Ihre Geschichte Mit vollem Bewusstsein Selbst machen Erst von da an Werden die von ihnen In Bewegung gesetzten Gesellschaftlichen Ursachen Vorwiegend Und in stets steigendem Maße Auch die von ihnen Gewollte Wirkung haben Es ist der Sprung Der Menschheit Aus dem Reich Der Notwendigkeit In das Reich Der Freiheit Diese weltbefreiende Tat Durchzuführen Ist der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats Ihre geschichtlichen Bedingungen Und damit ihrer Natur Selbst zu ergründen Und so Der zur Aktion berufenen Heute unterdrückten Klasse Die Bedingungen Und die Natur Ihrer eigenen Aktion Zum Bewusstsein zu bringen Ist die Aufgabe Des theoretischen Ausdrucks Ausdrucks Der proletarischen Bewegung Des wissenschaftlichen Sozialismus Friedrich Engels War der erste Der Unternehmerfamilie Engels Die mit ihm In die vierte Generation ging Bis in die 70er Jahre Gab es das von dieser Familie Gegründete Textilunternehmen In Barmen Engels Musste vor Ablegung des Abiturs Das Gymnasium verlassen Der literarisch Hochbegabte Wurde zur Kaufmannsausbildung Nach Bremen geschickt 1842 Nach Ableistung eines Dienstes Als Freiwilliger In Berlin Schickte die Familie Schickte die Familie ihn Nach Manchester Dort sollte er seine Ausbildung Abschließen Und sein revolutionäres Feuer Abkühlen Das Gegenteil geschah Nach seiner Rückkehr Begann er Kommunistische Propaganda Am Heimatort Und verfasste sein großes Werk Die Lage der arbeitenden Klasse In England An Marx schrieb er in dieser Zeit Der Schacher ist zu scheußlich Barmen ist zu scheußlich Die Zeitverschwendung ist zu scheußlich Und besonders ist es zu scheußlich Nicht nur Bourgeois Sondern sogar Fabrikant Aktiv gegen das Proletariat Auftretender Bourgeois zu bleiben Ein paar Tage Auf der Fabrik meines Alten Haben mich dazu gebracht Diese Scheußlichkeit Die ich übersehen hatte Mir wieder vor Augen zu stellen Ich hatte natürlich darauf gerechnet Nur so lange im Schacher zu bleiben Als mir passte Und dann Irgendetwas polizeiwidriges zu schreiben Um mich mit guter Manier Über die Grenze drücken zu können Aber selbst bis dahin Halte ich es nicht aus Nach der gescheiterten Revolution 1848-49 Musste er sich erneut Dieses Mal für fast 20 Jahre Dem Schacher unterwerfen Trotz der Ablehnung Von Engels Politischen Absichten Und seiner Beteiligung An den bewaffneten Truppen Der Revolution 48-49 Brach der Vater nicht mit ihm Sondern unterstützte ihn weiter Jedoch nicht bedingungslos Er sicherte dem Sohn Er sicherte dem Sohn erneut Arbeit Und Einkommen In Manchester In der Firma Armen und Engels Der Zwiespalt der Eltern Kommt in einem Brief Der Mutter vom 11. April 1850 So zum Ausdruck Lieber Friedrich Wir glauben an einen Gott Der uns Euch Kinder gegeben hat Und dabei auch Pflichten auferlegt hat Es wäre vielleicht für uns Das Bequemste Wenn wir dir Geld zu deinem Unterhalt schickten Und uns dann nicht weiter kümmerten Was du treibst Aber dabei würden wir Unser Gewissen Nicht ruhig halten können Es ist aber ein sonderbares Vergnügen Dass ich einen Sohn unterhalten soll Der Grundsätze und Lehren In der Welt zu verbreiten sucht Die ich für ein Verderben Für die Menschheit Und für sündlich halte Du jagst einer Sache nach Die sich nie verwirklichen wird Und die Menschen nur unglücklich machen wird Wenigstens nach unserer Meinung Und dazu Sollen wir dich unterhalten Die Einkünfte Die Engels durch den Schacher Wie er es ausdrückte Erzielte Trugen nicht unwesentlich dazu bei Der Familie Marx Das Überleben Und Marx selbst Die Arbeit am Kapital zu erlauben Nach seinem Ausscheiden Setzte Engels Marx Eine Jahresrente von 350 Pfund aus Und unterstützte bis an sein Lebensende Dessen Familie Am 1. Juli 1869 Schrieb Engels an Marx Lieber Moor Hurra Heute ist mit dem Du-Commerce Am Ende Ich bin ein freier Mann Dazu bin ich mit dem teuren Gottfried Gestern auch in allen Hauptsachen fertig geworden Er hat durchweg nachgegeben Tussi und ich Haben heute Morgen Meinen ersten freien Tag Durch einen langen Spaziergang In die Felder gefeiert Dazu ist mein Auge bedeutend besser Und wird mit einiger Schonung Wohl ganz bald Auf dem Strumpf sein Die Bilanz und die Advokaten Werden mich wohl noch einige Wochen Etwas in Atem halten Aber das ist Doch nicht mehr der viele Zeitverlust Wie bisher Und Marx antwortete ihm Aus London am 3. Juli Dear Fred Beste Konkratulation Zu deiner Flucht Aus der ägyptischen Gefangenschaft Ich habe zu Ehren Dieses Ereignisses Ein Glas über den Durst getrunken Aber abends Spät Nicht wie die preußischen Gendarmen Vor Sonnenaufgang Anderthalb Jahre nach Marx Tod Schrieb der 64-jährige Engels An seinen alten Freund Johann Philipp Becker Ein Kämpfer der Revolution Von 1848-49 Wegen meiner Gesundheit Mach dir keine Sorgen Ich habe ein lokales Manchmal störendes Aber keineswegs allgemein Ein nachwirkendes Und nicht einmal unbedingt Unheilbares Leiden Das mich schlimmstenfalls Kriegsdienst untauglich macht Vielleicht kann ich aber doch Wieder in einigen Jahren Zum Pferd steigen Das Pech ist vielmehr So fuhr er fort Dass ich Seit wir Marx verloren Ihn vertreten soll Ich habe mein Leben lang Das getan Wozu ich gemacht war Nämlich zweite Violine spielen Und glaube auch Meine Sache ganz passabel Gemacht zu haben Und ich war froh So eine famose Erste Violine zu haben Wie Marx Wenn ich nun aber plötzlich In Sachen der Theorie Marx Stelle vertreten Und erste Violine spielen soll So kann das nicht Ohne Böcke abgehen Und niemand spürt das Mehr als ich Und wenn erst die Zeiten Etwas bewegter werden Und wir uns erst recht Fühlbar werden Was wir an Marx verloren haben Den Überblick Mit dem er in gegebenem Moment Wo rasch gehandelt werden musste Stets das Richtige traf Und sofort Auf den entscheidenden Punkt losging Den hat keiner von uns In ruhigen Zeiten Kam es wohl vor Dass die Ereignisse mir Ihnen gegenüber Dann und wann Recht gaben Aber in revolutionären Momenten War sein Urteil Fast unfehlbar Engels war kein zweiter Geiger Sondern Partner auf Augenhöhe Mit Marx Georg Fühlbar verweist mit vollem Recht Auf den Eigenständigen Beitrag Zur Entstehung der Materialistischen Geschichtsauffassung Insbesondere seine Zivilisationskritik Seine Entdeckung Der Kritik der Politischen Ökonomie Noch vor Marx Sowie der Faden Zwischen der Baumwollverarbeitung Der Firma Ermen und Engels Und dem Kapital Die Einbettung Revolutionärer Politik In die Gegebenheiten Des 19. Jahrhunderts Und dessen ständige Kriegserwartung Engels Leistung Als Herausgeber Des Kapital Und deren angebliche Oder tatsächliche Grenzen Die Aussage Engels habe den Marxismus Erfunden Ist nicht nur mit Blick Auf das Spätwerk richtig Sie gilt auch Für Engels Arbeiten Zwischen November 1842 Und April 1845 Zumindest dann Wenn man unter Marxismus Die Einheit von Dialektischem Denken Sozialwissenschaftlicher Analyse Und strategisch orientierter Reflexion Mit dem Ziel Einer sozialistischen Transformation Der kapitalistischen Gesellschaften Auf Basis Praktisch eingreifender Emanzipatorischer Bewegungen Der Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter versteht Es ist kein Werk von Marx Sondern es ist Engels Die Lage der Arbeitenden Klasse In England Vom Frühjahr 1845 Das Die erste große Urkunde Des wissenschaftlichen Sozialismus Wie Franz Mehring schrieb Ist Engels sah es Viele Jahre später Mit Recht Als sein Verdienst An Der erste Gewesen zu sein Um den damals Mitte der 1840er Jahre Entstehenden In hohlen Phrasen Herumfahnden Deutschen Sozialismus Eine tatsächliche Unterlage zu geben Durch Beschreibung Der von der modernen Großen Industrie Die geschaffenen Gesellschaftszustände Schon an seinen Quellen Ist der Marxismus Ein Engels Marxismus Engels sah gelassen Auf den Blick Den die Nachgeborenen Auf seinen Beitrag Zum deutschen Kritischen Kommunismus Werfen würden An Franz Mehring Den Historiker Der deutschen SPD Schrieb er 1893 Zwei Jahre Vor seinem Tod Wenn man das Glück Hatte 40 Jahre lang Mit einem Mann Wie Marx Zusammenzuarbeiten So wird man Bei dessen Lebzeiten Gewöhnlich Nicht so anerkannt Wie man es Zu verdienen glaubt Stirbt dann Der Größere So wird der Geringere Leicht überschätzt Und das scheint mir Gerade jetzt Mein Fall zu sein Die Geschichte Wird das alles Schließlich in Ordnung bringen Und bis dahin Ist man glücklich Um die Ecke Und weiß Nichts mehr Von nichts Als die Militärexperten Vieler großer Zeitungen In den letzten Augusttagen Vor 150 Jahren Der gezielten Falschmeldung Des preußischen Generalstabes Von einem entschlossenen Marsch Der deutschen Armeen Auf Paris aufsaßen Ließ im englischen Blätterwald Nur eine einzige Stimme Mit einer völlig Anderen Meinung Aufhorchen Es war Engels Der am 26. August 1870 Also bereits Fünf Tage Vor der Schlacht In der Palmall Gazette Den Zeitpunkt Und die Umstände Der französischen Niederlage Bei Sedan Voraussagte Es war diese Erstaunliche Prognose Die ihm fortan Den Nickname General Eintragen sollte Als gedienter preußischer Gardeartillerist Hatte sich Engels Während der 1850er Jahre Autodidaktisch Zu einem anerkannten Militärwissenschaftlichen Kommentator Und Fachpublizisten Herangebildet Eine seltene Begabung Für situative Analysen Paarte sich Mit strategischem Urteilsvermögen Das er während des Krimkrieges In besonderer Weisung Zur Geltung brachte Als Autorenduo Waren Marx und Engels Nämlich ein reichliches Jahrzehnt Von 1851 Bis zum Ausbruch Des nordamerikanischen Bürgerkrieges De facto Leitartikler Einer der größten Und einflussreichsten Zeitungen der Welt Von Horace Greeley Gegründet Und Charles Dunner Redigiert Galt die New York Tribune Als Geburtshelferin Der republikanischen Partei Während der junge Graf Tolstoi In den Kasematten von Sevastopol Sein legendäres Tagebuch Aus der Perspektive Des Belagerten Führte Und der Special Correspondent Der Times William Howard Russell Seine Reportagen In einem Zugigen Zelt Des alliierten Camps Auf der anderen Seite Der Bastion Verfasste Analysierte Und kommentierte Engels Im Fernen Manchester Das Krimkriegsgeschehen Für die Leser Der Tribune Tatsächlich Wie ein General Für den berühmten Militärhistoriker Hans Delbrück Stand es außer Frage Dass Engels Das Zeug besaß Eine Armee Zu führen Berichtet Gustav Mayer Sein erster Unvertrauenswürdigster Biograf 1887 Prognostizierte Engels In seiner Einleitung Zu Sigismund Borgheims Broschüre Zur Erinnerung Für die deutschen Mordspatrioten 1806 Bis 1807 Den Ersten Weltkrieg Er schrieb Deutschland Wird Verbündete Haben Aber Deutschland Wird seine Verbündeten Und diese Werden Deutschland Bei erster Gelegenheit Im Stich Lassen Und endlich Ist kein Anderer Krieg Für Preußen Deutschland Mehr möglich Als ein Weltkrieg Und zwar Ein Weltkrieg Von einer Bisher nie Geahnten Ausdehnung Und Heftigkeit Acht Bis Zehn Millionen Soldaten Werden Sich untereinander Abwürgen Und dabei Ganz Europa So Kahl Fressen Wie Noch nie Ein Heuschreckenschwarm Die Verwüstungen Des Dreißigjährigen Kriegs Zusammengedrängt In drei Bis vier Jahre Und über Den ganzen Kontinent Verbreitet Hungersnot Seuchen Allgemeine Durch akute Not Hervorgerufene Verwilderung Der Heere Wie Auch Der Volksmassen Rettungslose Verwirrung Unseres Künstlichen Getriebs In Handel Industrie Und Kredit Endend Im Allgemeinen Bankerott Zusammenbruch Der alten Staaten Und ihrer Traditionellen Staatsweisheit Derart Dass die Kronen Zu Dutzenden Über das Straßenpflaster Rollen Und Niemand sich findet Findet Der Sie Aufhebt Absolute Unmöglichkeit Vorherzusehen Wie das Alles Enden Und wer Als Sieger Aus Dem Kampf Hervorgehen Wird Nur Ein Resultat Absolut Sicher Die Allgemeine Erschöpfung Und Die Herstellung Der Bedingungen Des Schließlichen Siegs Der Arbeiterklasse Das Ist Die Aussicht Wenn Das Auf Die Spitze Getriebene System Der Gegenseitigen Überbietung In Kriegsrüstungen Endlich Seine Unvermeidlichen Früchte Trägt Das Ist Es Meine Herren Fürsten Und Staatsmänner Wohin Sie In Ihrer Weisheit Das Alte Europa Gebracht Haben Und Wenn Ihnen Nichts Anderes Mehr Übrig Bleibt Als Den Letzten Großen Kriegstanz Zu Beginnen Uns Kann Es Recht Sein Der Krieg Mag Uns Vielleicht Momentan In den Hintergrund Drängen Mag Uns Manche Schon Eroberte Position Entreißen Die Sie Dann Nicht Wieder Werden Bändigen Können So Mag Es Gehen Wie Es Will Am Schluss Der Tragödie Sind Sie Ruiniert Und Ist Der Sieg Des Proletariats Entweder Schon Errungen Oder Doch Unvermeidlich Engels Antizipierte Nicht Nur Die Barbarei Des Ersten Welt Kriegs Sondern Trat 1893 Sogar Mit Einem Eigenen Abrüstungskonzept An Die Öffentlichkeit Sein Freund Wilhelm Liebknecht Hatte Die Leserschaft Des Sozialdemokratischen Parteiorgans Vorwärts Bereits Durch Den Fortsetzungsabdruck Von Bertha Von Suttners Roman Die Waffen Nieder Auf Die Thematik Eingestimmt Auf Die Österreichische Friedensaktivistin Folgte Nun Engels Mit Der Untersuchung Kann Europa Abrüsten Die Große Idee Die Der General Darin Zu Begründen Suchte Ist Dass Abrüstung Strategische Angriffsunfähigkeit Einbegriffen Eine Realistische Politische Option Wird Wenn Es Dem Druck Der Öffentlichen Meinung Gelingt Die Dafür Entscheidenden Durch Vernunft Begründeten Willen Der Regierenden Zu Erreichen Allgemeine Abrüstung Als Friedensgarantie Mit Blick Auf Die Nuklearen Waffen Arsenale Unseres Jahrhunderts Ein Nach Wie Vor Faszinierender Gedanke Während das Liebes-, Ehe- und Familienleben von Jenny und Karl Marx reich dokumentiert ist, haben die wichtigsten Frauen im Leben des Generals so gut wie keine eigenen Lebenszeugnisse hinterlassen. Denn sie waren Analphabetinnen. Um ihren Lebensspuren zu folgen, müssen voluminöse Brief- und Memoirenbände konsultiert werden, in denen kaum ein Satz von ihnen, aber weit mehr als tausend Zeilen über sie der Nachwelt überliefert sind. Sein ostdeutscher Biograf Heinrich Gemko hat fünf Frauen an Engels Seite porträtiert, nämlich Mary Burns, deren jüngere Schwester Lydia Burns, genannt Lizzie, deren Nichte Mary Ellen Burns, genannt Pumps, Helena Demut, die langjährige Haushälterin von Jenny und Karl Marx und Luise Kalkautskis geschiedene erste Frau. Engels große Liebe war Mary Burns. Nur von ihr soll hier gesprochen werden. Er begegnete der irischen Textilarbeiterin 1842 oder 43 in Manchester. Wir kennen weder ein Porträt noch eine Briefzeile von Mary Burns. Vermutlich war sie infolge fehlenden Schulbesuchsanalphabetin. Eine Überlieferung der Marx-Familie schildert Mary als ein sehr hübsches, witziges und alles in allem bezauberndes Mädchen. Ohne sie und ihre Schwester Lizzie wäre Engels die Lebenswelt des englischen Proletariats vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln geblieben. Obwohl es damals in Frankreich und Belgien im Unterschied zu Deutschland in Künstler- und intellektuellen Kreisen keineswegs ungewöhnlich war, in freier Liebe zusammenzuleben, stand Marx Gattin der Beziehung von Engels zu Mary Burns distanziert gegenüber. In der Vorstellungswelt einer Bildungsbürgerin mit geadelten Vorfahren, die sieben Jahre verlobt war, bevor sie zum Altar geführt wurde, war für wilde Ehen wenig Platz. Als Engels 1850 nach Manchester zurückkehrte, ging er mit Mary Burns einen festen und beständigen Lebensbund ein. Die starre viktorianische Etikette verbot jedoch ein öffentliches Zusammenwohnen des unverheirateten Paares. Und so begann für fast zwei Jahrzehnte ein Doppelleben, während sich Engels in der City offiziell eingemietet hatte, um englische Geschäftspartner und Familienangehörige standesgemäß zu empfangen, verbrachte er die Abende und Wochenenden mit Mary und Lizzie in inoffiziellen Wohnungen am Stadtrand. Dass Schwestern eine Wohnung mieten und Herrenbesuch empfangen, galt als eklatanter Verstoß gegen die guten Sitten. Mary und Lizzie wären wegen Fügung eines Disorderly Haus ins Gerede gekommen. Deshalb mietete Engels die inoffiziellen Wohnungen, in denen er mit Mary und Lizzie im Verborgenen lebte, unter verfremdeten Namen wie Frederick Mann Burns und Frederick Boardman. Anhand dieser Pseudonyme finden wir ihn noch heute in den Einwohnerverzeichnissen der einstigen Textilmetropole. Frederick Mann Burns, also Friedrich Mann der Burns, oder noch witziger Frederick Boardman, das heißt Friedrich der Kostgänger, eine gehörige Portion Humor kann man Engels, Mary und Lizzie Burns nicht absprechen. Der Lebensbund mit der temperamentvollen Ihren erfuhr ein jähes Ende, als Mary am 6. Januar 1863 erst 41 Jahre alt plötzlich verstarb. Engels war tief erschüttert. Mary ist tot. Gestern Abend legte sie sich früh zu Bett. Als Lizzie sich gegen 12 Uhr schlafen legen wollte, war sie schon gestorben. Ganz plötzlich Herzleiden oder Schlagfluss. Ich erfuhr es erst heute Morgen. Am Montag Abend war sie noch ganz wohl. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mir zumut ist. Das arme Mädchen hat mich mit ihrem ganzen Herz geliebt, bekannte er Marx. Und noch Wochen später heißt es, ich fühlte, dass ich mit ihr das letzte Stück meiner Jugend begrub. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71 forderte die junge deutsche Arbeiterbewegung heraus. Wie sollte man sich verhalten zu der Einigung Deutschlands unter Preußens Führung von oben? Nachdem die demokratische Herstellung der Einheit 48-49 gescheitert war? Wie sollte man sich zum Krieg verhalten, den Napoleon III. von Bismarck provoziert und in die Falle gelockt begonnen hatte? Eine herausragende Rolle spielten die Abgeordneten der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei im norddeutschen Reichstag. Sie enthielten sich der Stimme. Das war ganz im Sinne von Engels, der am 15. August 1870 an Marx schrieb, ich zitiere, Ich meine, die Leute können erstens sich der nationalen Bewegung anschließen. Wie stark sie ist, siehst du aus Kugelmanns Brief 1461, soweit und solange sie sich auf die Verteidigung Deutschlands beschränkt, was die Offensive bis zum Frieden unter Umständen nicht ausschließt. Zweitens den Unterschied zwischen den deutschnationalen Interessen und den dynastisch-preußischen dabei betonen. Drittens jede Annexation von Elsass und Lothringen entgegenwirken. Bismarck lässt jetzt die Absicht durchblicken, diese an Bayern und Baden zu annexieren. Viertens sobald in Paris eine republikanische nicht-chauvinistische Regierung am Ruder auf ehrenvollen Frieden mit ihr hinzuwirken. Fünftens die Einheit der Interessen der deutschen und französischen Arbeiter, die den Krieg nicht gebilligt und die sich auch nicht bekriegen, fortwährend hervorzuheben. Das ist Ende des Zitats. Wie sehr Patriotismus und Internationalismus für Friedrich Engels eine Einheit bildeten, wird aus seiner Vorbemerkung in seiner Schrift der Deutsche Bauernkrieg von 1874 deutlich. Er schreibt Die deutschen Arbeiter haben vor denen des übrigen Europas zwei wesentliche Vorteile voraus. Erstens, dass sie zu dem theoretischsten Volk Europas gehören und dass sie sich den theoretischen Sinn bewahrt haben, der den sogenannten gebildeten Deutschlands so gänzlich abhandengekommen ist. Ohne Vorausgang der deutschen Philosophie, namentlich Hegels, wäre der deutsche wissenschaftliche Sozialismus der einzige wissenschaftliche Sozialismus, der je existiert hat, nie zustande gekommen. Ohne theoretischen Sinn unter den Arbeitern wäre dieser wissenschaftliche Sozialismus nie so sehr in ihr Fleisch und Blut übergegangen, wie dies der Fall ist. Der zweite Vorteil ist der, dass die Deutschen in der Arbeiterbewegung der Zeit nach ziemlich zuletzt gekommen sind. Wie der deutsche theoretische Sozialismus nie vergessen wird, dass er auf den Schultern Sans-Simmons, Fouillers und Ovens steht, dreier Männer, die bei aller Fantasterei und bei allem Utopismus zu den bedeutendsten Köpfen aller Zeiten gehören und zahllose Dinge genial antizipierten, deren Richtigkeit wir jetzt wissenschaftlich nachweisen. So darf die deutsche Praktische Arbeiterbewegung nie vergessen, dass sie auf den Schultern der englischen und französischen Bewegung sich entwickelt hat, ihre teuer erkauften Erfahrungen sich einfach zunutze machen, ihre damals meist unvermeidlichen Fehler jetzt vermeiden konnte. Ohne den Vorgang der englischen Trade Unions und der französischen politischen Arbeiterkämpfe, ohne den riesenhaften Anstoß, den namentlich die Pariser Kommune gegeben, wo wären wir jetzt? Man muss den deutschen Arbeitern nachsagen, dass sie die Vorteile ihrer Lage mit seltenem Verständnis ausgebeutet haben. Zum ersten Mal seit eine Arbeiterbewegung besteht, wird der Kampf nach seinen drei Seiten hin, nach der theoretischen, der politischen und der praktisch ökonomischen in Klammern Widerstand gegen die Kapitalisten im Einklang und Zusammenhang und planmäßig geführt. In diesem sozusagen konzentrischen Angriffe liegt gerade die Stärke und Unbesiegbarkeit der deutschen Bewegung. Einerseits durch diese ihre vorteilhafte Stellung, andererseits durch die insularen Eigentümlichkeiten der englischen und die gewaltsame Niederhaltung der französischen Bewegung sind die deutschen Arbeiter für den Augenblick in die Vorhut des proletarischen Kampfes gestellt worden. Wie lange die Ereignisse ihnen diesen Ehrenposten lassen werden, lässt sich nicht vorhersagen. Aber solange sie ihn einnehmen, werden sie ihn hoffentlich so ausfüllen, wie es sich gehört. Dazu gehören verdoppelte Anstrengungen auf jedem Gebiet des Kampfes und der Agitation. Es wird namentlich die Pflicht der Führer sein, sich über alle theoretischen Fragen mehr und mehr aufzuklären, sich mehr und mehr von dem Einfluss überkommener der alten Weltanschauung angehörender Phrasen zu befreien und stets im Auge zu behalten, dass der Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, auch wie eine Wissenschaft betrieben, das heißt studiert werden will. Es wird darauf ankommen, die so gewonnene, immer mehr geklärte Einsicht unter den Arbeitermassen mit gesteigertem Eifer zu verbreiten, die Organisation der Partei wie der Gewerkschaften immer fester zusammen zu schließen. Wenn die deutschen Arbeiter so vorangehen, so werden sie nicht gerade an der Spitze der Bewegung marschieren, es ist gar nicht im Interesse dieser Bewegung, dass die Arbeiter irgendeiner einzelnen Nation an ihrer Spitze marschieren, aber doch einen ehrenvollen Platz in der Schlachtlinie einnehmen und sie werden gerüstet dastehen, wenn entweder unerwartet schwere Prüfungen oder gewaltige Ereignisse von ihnen erhöhten Mut, erhöhte Entschlossenheit und Tatkraft erreichen. Die Wohnungsfrage ist zurück in Deutschland auf der politischen Tagesordnung. Dies wiederholt sich alle Jahrzehnte. 1872 schrieb Engels eine umfangreiche Artikelserie, mit der er auf die durch die Industrialisierung und Urbanisierung verschärfte Wohnungsnot der lohnarbeitenden Klasse einging. Seine Hauptthese war, die sogenannte Wohnungsnot, die heutzutage in der Presse eine so große Rolle spielt, besteht nicht darin, dass die Arbeiterklasse überhaupt in schlechten, überfüllten, ungesunden Wohnungen lebt. Diese Wohnungsnot ist nicht etwas der Gegenwart Eigentümliches. Sie ist nicht einmal eines der Leiden, die dem modernen Proletariat gegenüber allen früheren unterdrückten Klassen eigentümlich sind. Im Gegenteil, sie hat alle unterdrückten Klassen aller Zeiten ziemlich gleichmäßig betroffen. Was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentümliche Verschärfung, die die schlechten Wohnungsverhältnisse der Arbeiter durch den plötzlichen Andrang der Bevölkerung nach den großen Städten erlitten haben. Eine kolossale Steigerung der Mietpreise, eine noch verstärkte Zusammendrängung der Bewohner in den einzelnen Häuser, für einige die Unmöglichkeit überhaupt ein Unterkommen zu finden. Woher kommt nun die Wohnungsnot? Wie entstand sie? Herr Sachs darf als gute Bourgeois nicht wissen, dass sie ein notwendiges Erzeugnis der bürgerlichen Gesellschaftsform ist. Dass eine Gesellschaft nicht ohne Wohnungsnot bestehen kann, in der die große arbeitende Masse auf Arbeitslohn, also auf die zu ihrer Existenz und Fortpflanzung notwendige Summe von Lebensmitteln ausschließlich angewiesen ist. In der fortwährend neue Verbesserungen der Maschinerie und so weiter Massen von Arbeitern außer Arbeit setzen. In der heftige, regelmäßig wiederkehrende industrielle Schwankungen einerseits das Vorhandensein einer zahlreichen Reservearmee von unbeschäftigten Arbeitern bedingen, andererseits zeitweilig die große Masse der Arbeiter arbeitslos auf die Straße treiben. In der Arbeiter massenhaft in den großen Städten zusammen gedrängt werden, und zwar rascher, als unter den bestehenden Verhältnissen Wohnungen für sie entstehen. In der also für die infamsten Schweinestelle sich immer Mieter finden müssen. In der endlich der Hausbesitzer in seiner Eigenschaft als Kapitalist nicht nur das Recht, sondern Vermöge der Konkurrenz auch gewissermaßen die Pflicht hat, aus seinem Hauseigentum rücksichtslos die höchsten Mietpreise herauszuschlagen. In einer solchen Gesellschaft ist die Wohnungsnot kein Zufall. Sie ist eine notwendige Institution. Sie kann mitsamt ihren Rückwirkungen auf die Gesundheit und so weiter nur beseitigt werden, wenn die ganze Gesellschaftsordnung, der sie entspricht, von Grund aus umgewälzt wird. Friedrich Engels hatte großen Anteil an der Herausbildung einer materialistischen Geschichtsauffassung, die er in verschiedenen, gemeinsam mit Marx verfassten Arbeiten, aber auch in eigenen Schriften, etwa über den Deutschen Bauernkrieg, entwickelte. Zugleich wandte er sich immer wieder energisch gegen ein oberflächliches Verständnis des historischen Materialismus und des Marxismus insgesamt, wie er es exemplarisch in einem Antwortschreiben an Josef Bloch in Königsberg vom 21. September 1890 kritisiert. Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das darin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus, politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate, üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung all dieser Momente, worin schließlich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten als Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung der Theorie auf eine beliebige Geschichtsperiode ja leichter als die Lösung einer einfachen Gleichung ersten Grades. Wir machen unsere Geschichte selbst, aber erstens unter sehr bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen die schließlich entscheidenden. Aber auch die politischen und so weiter, ja selbst die in den Köpfen der Menschen spukende Tradition spielen eine Rolle. Es wird schwerlich gelingen, die Existenz jedes deutschen Kleinstaates der Vergangenheit und Gegenwart oder den Ursprung der hochdeutschen Lautverschiebung ökonomisch zu erklären, ohne sich lächerlich zu machen. Dass von den Jüngeren zuweilen Mehrgewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden müssen. Wir hatten den Gegnern gegenüber, das von diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen. Aber so wie es zur Darstellung eines historischen Abschnitts, also zur praktischen Anwendung kam, änderte sich die Sache und da war kein Irrtum möglich. Es ist aber leider nur zu häufig, dass man glaubt, eine neue Theorie vollkommen verstanden zu haben und ohne weiteres handhaben zu können, sobald man die Hauptsätze sich angeeignet hat und das auch nicht immer richtig. Und diesen Vorwurf kann ich manchem der neueren Marxisten nicht ersparen und es ist dann auch wunderbares Zeug geleistet worden. Nach Marx Tod wurde Engels endgültig zum Spiritus Rektor der Europäischen Arbeiterbewegung. Damit war eine ungeheure Arbeit verbunden, neben der Herausgabe des zweiten und dann des dritten Bandes das Kapital. Am 17. Dezember 1894 schreibt der 74-jährige Engels an seine vertraute Laura Lafargue in Le Perreux. Mein liebes Lor, du schreibst, dass ich mich, nachdem ich den dritten Band fertig habe und bevor ich mit dem vierten beginne, nach ein wenig Ruhe sehnen müsste. Aber ich werde dir jetzt sagen, wie meine Lage ist. Ich muss die Bewegungen fünf großen und einer Reihe kleiner Länder Europas und in den USA verfolgen. Zu diesem Zweck erhalte ich an Tageszeitungen drei Deutsche, zwei Englische, eine Italienische und ab 1. Januar die Wiener Tageszeitung, insgesamt sieben. An Wochenzeitungen erhalte ich zwei aus Deutschland, sieben aus Österreich, eine aus Frankreich, drei aus Amerika, davon zwei in Englisch, eine in Deutsch, zwei Italienische und je eine in Polnisch, Bulgarisch, Spanisch und Tschechisch. Davon sind drei Sprachen, die ich erst allmählich lerne. Daneben gibt es Besuche der verschiedensten Leute und eine immer größer werdende Menge von Korrespondenten. Darum und wegen des Dritten Bandes war es mir nicht einmal während des Korrekturlesens möglich, das heißt, während des ganzen Jahres 1894 mehr als ein Buch zu lesen. Das ist meine Lage. 74 Jahre, die ich zu spüren beginne und die Arbeit genug für zwei 40-Jährige. Ja, wenn ich mich in den Friedrich Engels von 40 und den Friedrich Engels von 34 teilen könnte, was zusammen genau 74 ergeben würde, dann kämen wir bald klar. Aber so wie es ist, kann ich nur an dem weiterarbeiten, was vor mir liegt und das so weit und so gut ich kann fertig machen. 1893 hielt Friedrich Engels die Schlussrede auf dem Kongress der Zweiten der Sozialistischen Internationale in Zürich. Sie fasst sein Vermächtnis zusammen. Bürger und Bürgerinnen, lassen Sie mich die Ansprache, die der Redner eben englisch und französisch gehalten in mein geliebtes Deutsch übertragen. Der unerwartet glänzende Empfang, den sie mir bereitet haben und den ich nur mit tiefer Rührung entgegennehmen konnte. Ich nehme ihn nicht an für meine Person, sondern als Mitarbeiter des großen Mannes, dessen Bild dort oben hängt. Karl Marx. Gerade 50 Jahre ist es her, als Marx und ich in die Bewegung eintraten, indem wir die ersten sozialistischen Artikel in den deutsch-französischen Jahrbüchern veröffentlichten. Von kleinen Sekten damals hat sich der Sozialismus seither zu einer gewaltigen Partei entwickelt, welche die ganze offizielle Welt erzittern lässt. Marx ist gestorben, aber wenn er jetzt noch lebte, so wäre nicht ein Mann in Europa und Amerika, der mit solchem gerechten Stolz zurückblicken könnte auf seine Lebensarbeit. Die Fortführung der Alten, der Ersten Internationale, hätte nur zu Opfern geführt, die ohne Verhältnis zu den Wirkungen gestanden. Sie verlegte ihren Sitz nach Amerika, das heißt, sie zog sich vom Schauplatz zurück. Dem Proletariat der einzelnen Länder blieb es überlassen, sich in eigener Form zu organisieren. Dies ist geschehen und nun ist die Internationale viel stärker als zuvor. In diesem Sinne müssen wir fortfahren, auf gemeinsamen Boden zu arbeiten. Wir müssen die Diskussion zulassen, um nicht zur Sekte zu werden, aber der gemeinsame Standpunkt muss gewahrt bleiben. Die lose Verbindung, der freiwillige Zusammenhalt, der durch Kongresse unterstützt wird, er ist hinreichend, um uns den Sieg zu verschaffen, den keine Macht der Welt uns mehr entreißen kann. Mit besonderer Freude erfüllt es mich, dass die Engländer hier in großer Zahl vertreten sind. Sind sie doch unsere Lehrmeister in der Organisation der Arbeiter gewesen. Aber wie viel wir auch von ihnen gelernt haben, so werden sie doch auch hier manches Neue erblickt haben, von dem auch sie noch lernen können. Ich bin durch Deutschland gereist und hörte in manchen Dingen bedauern, dass das Sozialistengesetz gefallen ist. Der Kampf mit der Polizei sei viel amüsanter gewesen. Mit solchen Streitern wird keine Polizei, keine Regierung der ganzen Welt fertig. Auf Ersuchen des Büros erkläre ich den Kongress für geschlossen. Hoch lebe das internationale Proletariat. Die Versammlung bricht in stürmische Hochrufe aus. Der Jubel dauert eine ganze Zeit lang an. Die Anwesenden erheben sich und singen stehend die Masseillers. ORG anwesenden age bis bis arz sorry cosas zu con at das bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020